So, da haben wir auch noch ein neues Kartenchaos und das fangen wir gleich mal an. Die Lehren, Singularität, jenseits des Ereignishorizonts der Lehre verschmelzen all eure Diener zu einem einzelnen mächtigen Wesen aus Licht. Stellt ein Deck zusammen und opfert eure Diener. Der Lehre, ein Deck habe ich zusammengestellt, opfern bin ich bereit, Hexenmeister, weil das meine Questen gerade erfordern. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir nicht vielleicht die Belohnung fürs Abschließen vom Kartenchaos kriegen können. Wäre ja ganz nett, wenn wir das direkt zusammen erledigen. Einen würdigen Gegner bekomme ich, immer kriege ich würdige Gegner. Und dann treten wir an gegen Garrosh. Okay. Den tauschen wir aus. Jawohl, 1, 2, 3, für jede Runde eine Karte. Ziehen will ich ja auch noch. Eine Münze gibt es noch dazu. Malchazar. Ja, 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 Malchazar. Mein Zug. Vernichtet ihn und einen zufälligen feindlichen Diener. Und dann starten wir mit einem Diener rein. Wenn du dir Rüstung holst, hole ich mir eine Karte. Ups. Die können wir sogar spielen. Und dann starten wir mit einem Diener rein. Und dann starten wir mit einem Diener rein. Ruf zwei Raptoren herbei. Das macht er direkt. 8,4. Fleißig. Beeindruckend. Ziehen wir mal eine Karte. Allen einen Schaden zufügen. 4,5. Nutzt mir eigentlich auch nichts. Und dann den, den Untergangsverkünder. Fertig. Dann schauen wir mal. Ich habe einen 2,9er. Umhauen kannst du mir nicht. Aber wir vernichten, wenn er verwundet ist. Gar keine Frage. Ja. Ich habe einen beschädigten Golem herbeirufen. Danke für die Heilung. Und einen zufälligen feindlichen Diener vernichten ist im Moment nicht so attraktiv, muss ich sagen. Also jedenfalls nicht, wenn es den falschen erwischt, ne. Nicht, wenn es den falschen erwischt. 1,2,3,4,5,6,7. Ich ziehe Karten. Scheißegal. Hauptsache ich kriege welche. Ja. Und angegriffen. Und dann kassiere ich jetzt eine böse, böse 12. Aktiviere den Mentalkontroll-Omar TC 130. Autsch. Nein, 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 nein. Das machen wir anders. Jetzt vernichten wir erstmal den feindlichen Diener. Und fangen nochmal von vorne an. Da ist ja manche Sache. Fünf, acht. Fünf, acht. Heilen wir mal. Fünf. Zehn, neun. Der Gastwirt, ich hab ihn ja auch auf der Hand. Der nutzt nichts. Jetzt pumpt er sich noch die Rüstung. Meinem Helden Schaden zu fügen. Ja, und sie nutzen alle gar nichts, ne? Ich hab' schon wieder verloren. Erstmal die Waffe weg. Und wenn die Waffe schon weg ist... Ich werde euch vernichten. Ja, du wirst mich vernichten. Den spielen wir. Den greifen wir an. Na dann, zeig her. Wie du mich vernichtest. Ich werde dich vernichten, nämlich. Blutklinge. Autsch. Zehn. Machen wir zwei Schaden. Gut gespielt, würde ich sagen. Und aufgegeben. Danke für dieses Spiel. Damit erhalte ich eine Packung. Ach, die können wir gar nicht öffnen. Die ist für Dezember erst. 7. Dezember. So sieht's wohl aus. Kann man nicht ändern. Gold erhalte ich fleißig. Aber dafür können wir nichts kaufen. Können wir nichts öffnen. Können wir gar nichts. Ist ja auch nur ein kleiner Zusatz für das neue Kartenchaos. Viel Spaß beim neuen Kartenchaos. Sieht sehr gut aus. Ich baue mir ein neues Deck. Bis dann. Ciao.